Achtung, das nachfolgende Video ist dumm. Bei Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Erziehungsberechtigten oder lassen Sie es einfach bleiben. Was ist denn mit meinen Beinen los? Warum sehen meine Beine aus, als wären sie mir schon zweimal ausgerissen worden. Was passiert hier? Und wieso ist der Himmel so rot? Oh, eine tägliche Belohnung, 25 Tags. Ich glaube, das wird wieder so eine Art von Spiel, wo ich reingehe und erstmal einen Schlaganfall kriege. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Wir werfen Bälle auf Menschen. Und wir gehen in die Arena rein. Oh, oh, ich fliege rein. Ach so. Ach du heilige Mutter Gottes. Ja, wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert, ne? Hä, was ist? Drücke E für Fähigkeit. Was ist denn mit meinem Ball los? Wieso ist der so langsam? Warum ist mein Ball so langsam, bitte? Warte mal. 25 Tags. Ich will den hier haben. Ja, dankeschön. Was kann der? Kann der irgendwas? Oh, rein in die Arena. Also irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ich weiß nicht so recht, was ich hier machen muss, ey. Warum sind meine Bälle so langsam? Kann mir das mal jemand verraten? Ich verstehe nichts. Guck mal, mein Ball ist total langsam. Der ist so langsam, der Ball. Was ist mit meinem Ball los? Oh, nee, ey. Das ist der Anfängerball wahrscheinlich deswegen. Jetzt komm, ey. Jetzt pass auf. Konzentration. Ich konzentriere mich jetzt. Ich konzentriere mich jetzt. Ja, ja, komm. Nein, nein, nein. Nicht so. Nein. Oh, nein. Er hier mit seinen Steinbällen. Das ist nicht gut. Oh, Mann. Der hat acht Kills. Der tut... Oh, come on. Das ist nicht... Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr üben. Ich habe keinen einzigen getroffen bis jetzt. Gibt es hier nicht eine Übungsarena oder sowas? Oh, oh. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Jawohl. Oh, no, 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 no. Der hat irgendwelche Lichtbälle. Oh, Gott. Jesus im Himmel. Erzielen ist extrem schwierig. Schwierig, wollte ich gerade sagen. Ey, das ist so unfair. Das ist so unfair, ne? Möchtest du an der Arena teilnehmen? Ja, bitteschön. Klar. Natürlich möchte ich das. Mann. Oh, ich habe irgendeinen getroffen. Oh, ich habe einen gekillt auch. Oh, oh. Ich wurde gekillt. Es tut in meinem Kopf weh, wirklich. Ich tritt der Gruppe für 25 weitere kostenlose Tags bei. Felsblock 50 Tags. Das Licht 30 Tags. Spielepass. Unendlich. Oh, Gott. Kostet das viele Robux. Ey, magischer 8-Ball. Oh, Gott. Komm her. Komm her. Pyramide. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Wieso sind meine Bälle so langsam? Warum sind meine Bälle so langsam? Ja, ja, ja. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Oh, nice. Nice, nice. Nein. Ich bin runtergefallen. Lass mich bitte auf der Pyramide von Giese stehen. Das ist meine Pyramide. Die habe ich erbaut. Oh, guck, guck, guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Hey, das gibt es nicht. Die hat irgendeinen Superball. Der explodiert einfach, wenn er irgendeinen so zufällig trifft. Come at me, Bro. Come at me, Bro. Boah, wenn ich hier auf der Spitze lande, das tut weh, oder? Boah, fast. Oh, nice. Ich habe ihn downhill getaggt. Warte, den kille ich jetzt. Den muss ich killen. Ich muss ihn einfach killen. Das gibt es nicht. Er killt mich. Das gibt es nicht. Der ist so ultra low. Der ist so low. Ich verstehe nichts. Ey, der ist so low, der Dude. Das gibt es nicht, dass der nicht stirbt. Wie kann der mich ständig treffen? Also, for real, Leute, ne? Also, jetzt wirklich for real. Das ist ja so zufällig auch, dass man die trifft. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Aber es ist trotzdem so zufällig einfach. Das gibt es nicht. Ich bin einfach zu alt für so einen Käse. Guck mal, ich ziele hier hin. Die machen das, als ob die das Tag und Nacht spielen. Ich meine, gut, vielleicht spielen die das auch Tag und Nacht. Die spielen das Tag und Nacht. Das ist quasi Battle Royale, nur mit Bällen. Komm schon. Oh, come on. Als hätte ich... Come on. Als hätte ich den nicht getroffen, ne? Come on. So, warte jetzt. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte ihn hier hinten festmachen. Oh, komm schon. Ey, er ist mir eine Nemesis hier. Das ist mein Ameisen. Junge, ich sag dir, ich schwöre dir. Ich kriege die Krise mit dem Dude. Dich hole ich jetzt weg. Dich hole ich jetzt sowas von weg. Komm her. Komm her. Mein Ball ist vielleicht langsam. Aber er ist schnell. Was? Komm her, komm her, komm her, komm her. Das gibt es nicht. Ich werde, ja, ja, einmal getroffen. Okay, einmal gehittet. Aber ich will halt einfach auch mal killen. Das wäre halt auch mal nice. Jawohl. Und stehe nochmal auf. Oh, no. No, das ist meiner. Das ist meiner. Der gehört mir jetzt. Der gehört mir. Lass mich da hin. Oh, Gott. Die stellen so schnell das Leben wieder her. Oh, das war knapp. Stopp. No. Also, Freunde. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin einfach der Allerschlechteste hier. Und das trifft auch zu. Ich habe 36 Tags. Der eine hat 6.000 Tags. Der spielt für mich nichts anderes. Von dem muss ich mich entfernen, ey. Äh, 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 äh. Wieso habt ihr mich denn jetzt auf den Kicker? Warum denn jetzt mich? Warum mich? Wieso? Äh, 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 äh. Oh, ich habe Influencer getaggt. Nice. Ja, die gehört auch weg. Ich stehe auf der Spitze. Because I am the King. Oder auch nicht. Na, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Das könnte ich sagen, wenn ich Zweiter wäre. Oder zumindest mal ein paar mehr Tagge hier. Aber das ist, ich finde das ultra schwierig. Weil ich habe zwar hier, ich habe zwar hier den, das Ding hier. Aber das ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Warte mal, vielleicht muss ich das so machen. Aber hier kann ich jetzt gar nicht hin und her lenken. Warte mal, vielleicht müssen wir wirklich Ego-Sicht nehmen. Können wir mal probieren. Aber dann sehe ich halt außenrum nicht viel. Ach, wobei, aber ist egal. Macht eh keinen Unterschied. Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Iiii, aiii, 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 aiii. So, jetzt kommt der. Oder? 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 Ja, 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 ich möchte an der Arena teilnehmen. Ey, come on jetzt. Come on. Nee, 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 nicht wieder auf mich. Nicht wieder auf mich. Ja, nice. Nice. Ha, nice. Aber, oh, ich habe ihn gekillt. Das gilt als Kill. Ich kriege für jeden Kill auch nur einen Punkt? Bitte? Ich dachte, da kriegt man vielleicht mehr. Was soll das denn? Was soll das denn? So, jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Du jetzt. Du musst jetzt dran glauben. Sowas von. Kuppisch. Ja, 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 ja. Nein! Wieso fall immer ich da rein? Lass mich hoch. Oh Gott, ja, man kann hier nochmal hoch rüpfen. Oh! Ja, 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 ja. Oh, das war aber Glück. Der Kill war richtiges Glück. Aber ich würde gerne einen Ball haben, der weiterfliegt irgendwie. Der Ball ist richtiger Ass. Der ist nicht gut. Ist jemand im Haus? Nee, ist niemand im Haus. Kann ich jetzt auch... Man steigt aus dem Fenster und kriegt einfach direkt eine rein. Ist schon recht. Komm her. Oh, der ist weg hier. Der ist weg. Oh! Oh, come on. Das war knapp. Das war richtig knapp. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Komm her, komm her. Nein, er hat mich. Oh! Oh! Oh, nochmal. Den campe ich jetzt ab hier. Oh, funktioniert nicht. Doch, funktioniert, funktioniert, funktioniert. Komm her. Ah, komm her. Nein, das gibt es nicht. Wie schlecht kann ein Mensch sein? Jetzt gibt es eine richtige Arschbombe hier. Also, die Dudes meinen ja wirklich, sie sind die Allerbesten, ne? Und ich gestehe ihnen das auch zu. Aber ich kann auch der Allerbeste sein. Und ich will der Allerbeste sein. Oh, hey, hey, hey. Ich habe gerade eine Ansage gemacht. Überrasch mich bitte nicht bei meiner Ansage. Ey, ich hasse diesen Ball. Ich hasse ihn wirklich. Ich bin froh, wenn dieser Ball weg ist. Ich brauche noch vier Tags. Dann kann ich mir diesen Steinball holen. Der ist tausendmal besser. Komm her. Ah, ja, genau. You know, genau. Komm her. Ach, das gibt es nicht. Komm nicht ran an den Dude. Was soll das denn? Komm schon, Konzentration jetzt. Ey, das gibt es nicht, ne? Das ist so fies einfach. Ja, genau, weil ich auf den Ball gehüpft bin jetzt. Ist recht, ne? Ja, ich habe ihn getroffen. Ins Gesicht habe ich dich getroffen, Bruder. Warte, sie sieht mich nicht. Sie sieht... Wie kann das sein, dass sie mich nicht kommen sieht, aber mich dann abschießt? Boah, da hilft die große Klappe nichts. Oh nein, er wieder. Der Serverbeste. Ich habe keine Lust auf ihn. Ich habe einfach keine Lust auf ihn. Weiß ich nicht, was er... Oh, er ist runtergefallen. Ist er runtergelaufen mit Absicht? Damit der Kill nicht gilt? Oder wie läuft er? Ach, hier sind Minen. Oh, nice. Hier sind Minen. Runtergefallen. Ah! Ja, wenn man auf einen AFK-Spieler geht, ne? Dann passiert genau das. Und... Oh, das war aber ein richtig... Richtig fetziger Landeplatz gerade. Was hier passiert, ist nicht so fetzig. Ich brauche noch einen Kill, da kann ich einen neuen Ball holen. Oh! Hä? Da stand gerade, ich habe einen gekillt, aber ich habe keinen Punkt bekommen. Das ist echt nicht gut. Das gibt es nicht. Ah, jetzt habe ich 50. Okay. All right, all right, all right. Das war lustig, sagt er. Nö, war es nicht. Ah, man kann auch einen Geist freischalten mit 10 Kill. Und dann braucht man 100 Kills oder 100 Tags für diesen Lichtball. So, was kann der jetzt? Ist der jetzt schwerer? Der schwerer? Oh nein, oder? Oh nein, oder? Ja, natürlich ist der schwerer. Das ist auch ein Stein, Bruder. Oh Gott, ey. Ich wundere mich noch. Dabei ist das ein Stein. Ich kann nicht mehr. Also, ich muss leider wieder Mr. Cool nehmen. Denn der Steinball, mit dem komme ich überhaupt gar nicht klar. Der ist richtig... Ich sage es jetzt nicht laut. Man muss sich einfach von hinten ansneaken. Ich bin jetzt einfach der allerechte Assassine. Oh, toll. Oh mein Gott, man kann gedrückt halten. Ich bin so schlecht. Oh Gott. Das merke ich jetzt nach 1000 Stunden, dass man den Ball gedrückt halten kann, um stärker zu werfen. Was bin ich bitte für... Nee, ich sage es. Ich kann... Nee, nee. Das ist einfach... Und dann geht das auch mit dem Steinball natürlich. Oh no, ey. Oh ja, ich habe 10 Kills. Komm her. Oh, den hat sie richtig weggehauen. Jetzt hole ich mir den Geist. Vielleicht sehen die den da nicht und weichen nicht aus. Komm her. Komm. Oder ich sehe ihn nicht. Oh Mann, ey. Oh doch, ich habe ihn auch getroffen. Jesus, Jesus, Jesus. Warte, warte. Nee, nicht getroffen. Was sind die jetzt alle? Oh, er ist runtergefallen, oder? Ist er runtergefallen? Ist er runtergefallen? Komm her. Komm at me, Bro. Komm at me, Bro. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel schon ausprobiert habt. Das ist ja wirklich ganz lustig. Wenn man es raus hat. Wenn man weiß, wo man hindrücken muss, ey. Oh nein. Oder wenn man weiß, wo man hindrücken muss. So wie er hier. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, dass mich der die ganze Zeit trifft. Ey, Leute. Ich bin so schlecht, ja. Also so schlecht war ich ja schon lange nicht mehr in dem Spiel. Das ist ja wirklich heftig einfach nur. Ich muss auf ihn schießen. Ich muss ihn einfach treffen. Oh, ich habe ihn. Oh, ja, ja. Oh, warum? Ach so, ich dachte gerade. Warum fliege ich an der Map vorbei? Ich spawne und fliege an der Map vorbei. Das gibt es nicht. Was ist das denn? Ein Kreisverkehr? Really, Bro? Oh, Domination. Wollte hinten hinballern? Oh, ja, ja. Oh, ich habe ihn getaggt. Oh, ich habe ihn getaggt. Ey, das mit dem gedrückt halten ändert alles, ne? Ich bin einfach nur Banane, dass ich das nicht verstanden habe. Was ein langer Klick ändern kann, ne? Das kann nicht sein. Ja, und tschüss. Voll weggeholt, der Bro. Hä, was war das jetzt? Was war das jetzt? Ich habe einen gekillt, aber was war das jetzt? Was soll das bitte? Jetzt komm her. Jetzt komm her. Oh, nein. Na, kommt her, ihr kleinen Ballwerfer. Oh, 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 oh. Ich muss von der Straße runter. Das gibt es nicht, ey. Leute, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben. Wenn ich es noch ein bisschen üben soll, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren. Wisst ihr, Leute, dann kann ich dazu auch noch einen zweiten Part bringen. Ich hoffe, die qualitative Kommentierung dieses Videos hat euch sehr gefallen, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Untertitelung des ZDF!